Ja, markier Track 36 direkt mit der Autorenmedaille und dem Weltrekord-Ghost Carl Jr. Freu mich! Boah, 32,8,0 ey, boah, das hat jetzt so lange dauert. Scheiße, naja, ich hab's wenigstens geschafft, also die Autorenzeit liegt bei, hat doch jemand geschrieben gehabt, glaube ich. 33,3,1,3 oder sowas, also für mich war das jetzt echt schwer. Ja, doch, war jetzt ein guter Run, ähm, Alleluja, ja, ähm, Nordrhein-Westfalen 4 gerade, Germany 12, Europe 24, ja. Da ist aber nicht mehr viel drin, so, jetzt für mich, also, das ist genauso wie gestern. Ich wüsste einfach nicht, wo ich da mich verbessern soll, das ist echt, echt schwierig. Naja, GG, Guys. Freu mich! Und, ähm, was kann man noch sagen? Ja, wenn ihr Lust habt, joint meinen Club, Zig Zig, ah, sieht man, da sind schon einige Leute drin, unter anderem der Techytm, und der geht ja, geht ja richtig ab, ne. Da komm ich wohl nicht ran, bin ich in meinem eigenen Club nicht mal Platz 1. Naja, gut, haut da rein, ich bin der Mark, tschüss. Ja, ja.